Moin, hier ist Grüne Ente und heute haben wir eine Stunde Zeit, um aus dem Halloween-Labyrinth rauszukommen. Um das zu machen, brauchen wir exakt vier Köpfe, die wir dann beim Ausgang einsetzen. Wir wissen aber noch nicht, wo der Ausgang ist und wir wissen auch nicht, wo die Köpfe sind. Es gibt noch Schlüssel, um Türen zu öffnen. Manche Türen öffnen sich nur nach einer Zeit. Und ich würde mal sagen, drei, zwei, eins und los. Okay, ich laufe mal hier direkt mit den Leuten mit. Okay, was ist das hier? Schloss? Genau, hier ist so eine Tür, da bräuchten wir einen Schlüssel jetzt, den wir erstmal suchen müssen. Ich ziehe mich mal taktisch ein bisschen zurück. Ja, ich habe einen Schlüssel. Hier, Schlüssel und dann können wir hier durch die Tür gehen. Ich komme mal mit. Oh ja, ich habe hier glaube ich irgendwas. Nochmal einen Schlüssel. Okay, oh nice. Die Partikel sehen voll cool hier aus. Okay, wie wo können wir hier mit dem Schlüssel lang? Jetzt brauchen wir wieder ein Schloss. Hier, ich habe noch einen Schlüssel. Okay, perfekt. Jetzt haben wir zwei. Jetzt haben wir zwei Schlüssel, okay gut. Schlüssel sind dann eigentlich nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen einen, ich sehe einen. Dahinter ist keiner. Ich habe drei. Aber dahin zu kommen, das heißt halt immer noch nicht, dass wir in der Nähe sind. Hier, hier, Leute, kommt zurück. Wo? Hier. Ah, hier, hier, hier. Wir sind in einem freaking Labyrinth. Ach, hier. Oh nein. Ich suche hier schon mal ein bisschen weiter. Nur aus Interesse. Ich habe gerade was sehr interessantes gefunden. Wer hat diese Map gebaut? Oder wer hat das Ganze dekoriert? Ich und Müsli-Katze. Green, der kommt zurück. Ja, okay, okay, perfekt. Ich bin durch. Können wir mal das Baby da wegmobben oder das kleine Kind? Boah, ich bin auch ein bisschen so kritisch unterwegs. So kritisch ist das jetzt auch nicht. Wait, ich habe, glaube ich, auch was gefunden. Das hier ist irgendwie... Ja, ich habe den Checkpoint erreicht, Kiwi. Okay, wie funktioniert der Checkpoint? Also, in der Mitte da. Belichtung. Das ist kein Checkpoint. Mist. Ja, das ist... Wir haben ja nicht Checkpoint-Checkpoint gefunden. Es gibt keine Checkpoints. Doch, wir haben ja nicht Checkpoint-Checkpoint gefunden. Ja, eine Schaufel. Scheiße, weg hier. Oh nein, ich bin mit dem, ich bin mit dem Zombie in der Kopfrap. Nein. Ich komme irgendwie immer wieder beim Start raus. So, nächsten Schlüssel. Nächsten Schlüssel. Die Technik ist gut mit immer, Rechtszeiten. Wollt man nur so halt im Bundestag nicht machen vielleicht. Ja, manche Leute verstehen das leicht falsch. Wir müssten eigentlich nach da. Da könnten wir einen Schegel bekommen. Und der wurde auch noch nicht gelootet. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Das ist in der Tat eine gute Frage. Ich könnte es Laternen bekommen. Ja. Guck mal in den Chat. Guck mal in den Chat, was da eben war. Äh, Spieler, Mann. Das ist mein Bein. Warum steht das da im Chat? Ich sag mal so, es gibt einen bestimmten Knopf. Wenn man auf den Traum drückt, dann wird man zum Spawn-Tit. Und die Nachricht steht da. Äh, betreten verboten. Ich, 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 ich gehe rein. Solange du dich noch kannst. Ich drehe mich um. Wenn du durch diese Tür gehst, bist du verloren. Ich drehe mich nochmal um. Noch kann ich's. Okay, wir gehen hier auch mal durch. Drücke auf keinen Fall den Knopf. Okay. Das ist übrigens nicht der, den ich meinte. Der, den ich meinte, ist einer, der auf dem Boden ist. Ich weiß nicht. Ich bin dir ziemlich sicher, dass du mich versucht einzulegen. Ich weiß nicht. Ich bin gerade beim Zählen übrigens. What? Ich hab's gefunden. Ich war wirklich nah dran. Das Problem ist, ich habe halt keinen Zählen. Also, mein liebes Team. Ihr könnt ja gerne Events für mich machen. Aber müsst ihr dann ausgerechnet mich da überall erhängen und noch irgendwelche Folter? Hast du das gefunden? Ja. Also, es gibt wirklich deinen Kopf nur einmal auf der Map. Toll. Einmal ist es ein toter Schädel, der irgendwo im Grab liegt. Das ist aber nicht offiziell mein Kopf. Und dann packt ihr ihn hier nochmal an so eine schöne Foltermaschine. Okay. Sicher? Okay. Man sieht's schon. Oh, oh. Wir haben's, glaube ich, gefunden. Zwei Schädel stecken schon. Goldener Schädel. Okay. Zwei Stück stecken. Jetzt müssen hier noch zwei rein und dann... Zwei Stück brauchen wir noch. Ist einer von den Leuten, die hier ist, die einen Schädel dabei haben. Ich befürchte nicht. Und damit haben wir den... Den dritten Kopf. Dritten Kopf gleich. Wow. GG. Ihr habt's geschafft. Okay. Ja. Und... 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 Wir haben's geschafft. Es passiert nicht mehr. Achso. Und... Ja, krass. Sehr, sehr cooles Event heute. So, das war's von dem Video. Hier ist noch ein Video, was euch der Algorithmus vorschlägt. Und dann vergesst nicht, ein Like und ein Abo da zu lassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Och... Ja. Ja. müssen we OF... Vielen Dank.